Du kennst sicher auch den ein oder anderen Menschen, der auf Hunde wirkt wie ein Magnet. Man weiß nicht genau warum, aber diese Person schafft es einfach jeden Hundetyp, egal ob schüchtern, ängstlich oder auch distanziert, aus der Reserve zu locken. Wahrscheinlich respektiert dieser Mensch die Körpersprache der Hunde und liebt Fellnasen über alles. Doch welche Charaktereigenschaften mögen und schätzen unsere Hunde eigentlich ganz besonders? Das erfährst du im folgenden Video. Prüf auch gleich, ob du vielleicht auch selbst an dir einige der Eigenschaften wiederfindest. Nummer 1. Abenteuerlust Du liebst es immer wieder neue Abenteuer zu erleben, neue Wege zu erkunden, Berge zu besteigen oder einfach mal einen ausgiebigen Stadtspaziergang zu machen? Kein Weg ist dir zu weit, kein Gipfel zu hoch und Schwimmen ist deine Leidenschaft? Gratulation! Die meisten Hunde lieben Menschen, mit denen man Pferde stehlen und allerhand erleben kann. Für so manche Hunderasse wärst du der geborene Halter. Vor allem sehr aktive Fellnasen mit einem hohen Bewegungsdrang könnten bei dir das Paradies auf Erden finden. Aber Vorsicht, achte darauf, dass dein Hund auch genügend Ruhe und Schlafphasen bekommt, damit er immer wieder fit für neue Abenteuer zusammen mit dir ist. Nummer 2. Achtsamkeit Es gibt Menschen, die besonders sensibel auf die Bedürfnisse von Menschen und Hunden reagieren. Manchmal bezeichnet man sie als achtsam, als hochsensibel oder einfach nur als empathisch. Solche Personen sind auch von Natur aus sehr gut darin, die Körpersprache von anderen Individuen, insbesondere auch von Hunden, zu lesen. Diese Begabung ist meist angeboren. Die gute Nachricht ist aber, dass man auch, wenn man normal sensibel ist, seinen Blick gut schulen kann. Besonders achtsame Menschen sind bei Hunden sehr beliebt, weil sie intuitiv auf die Bedürfnisse eingehen und genau wissen, was sie brauchen. Solltest du einer dieser Menschen sein, kann sich dein Hund sehr glücklich schätzen. Nummer 3. Führungsstärke Manche Menschen haben von Natur aus eine eher autoritäre Ausstrahlung und sind in den meisten Situationen die Alphatiere. Einige Hunderassen fühlen sich besonders zu solchen führungsstarken Persönlichkeiten hingezogen. Das darf aber nicht mit der bereits vielfach widerlegten Dominanztheorie verwechselt werden. Führungsstark ist man dann, wenn man dem Hund auf freundliche Weise Dinge vermitteln kann. Unsere Fellnasen mögen es, wenn man fähig dazu ist, Konflikte für sie zu lösen und in der Lage dazu ist, Situationen in einer Weise zu kontrollieren, die dazu führt, dass es gar nicht erst zu Konflikten kommt. Nummer 4. Konsequenz Eine besonders wichtige Eigenschaft, wenn man einen Hund bei sich aufnimmt, ist die Konsequenz. Unsere Vierbeiner lieben Strukturen und Rituale. Das bedeutet, dass man nicht ständig den Tagesablauf über den Haufen wirft, sondern den Alltag vorhersehbar gestaltet und man nicht andauernd ändert, was ein Hund darf und was er nicht darf. Weiterhin bedeutet Konsequenz auch, dem Hund Impulskontrolle und Frustrationstoleranz beizubringen, im Training auf seine Bedürfnisse zu achten und für seine körperliche sowie geistige Auslastung zu sorgen. Nummer 5. Verständnis Besonders lieben Hunde Menschen, die verständnisvoll sind und mit einer ordentlichen Portion Humor durchs Leben gehen. Nichts ist für unsere Fellnasen so schlimm wie ein Mensch, der das Training bierernst nimmt und von falschem Ehrgeiz getrieben ist. Ein guter Hundehalter hat Verständnis für die vermeintlichen Macken seiner Fellnase und versucht gemeinsam mit ihr daran zu arbeiten, anstatt zu resignieren und den Hund vielleicht als Folge schlecht zu behandeln. Nummer 6. Ausgeglichenheit Hunde lieben ausgeglichene Menschen, die sich durch nahezu nichts aus der Ruhe bringen lassen und auch in für den Hund stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Strahlst du viel Ruhe und Gelassenheit aus, bist du quasi ein Hauptgewinn für deinen Vierbeiner, denn diese Ruhepulmentalität überträgt sich auch auf ihn, egal ob daheim oder beim gemeinsamen Spaziergang. Herrscht bei euch zu Hause hingegen ständig Unruhe oder stehst du dauernd unter Strom, kann das für deinen Hund sehr anstrengend werden, weil auch das auf ihn überspringt, er innerlich unruhig wird und gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Möchtest du jetzt noch wissen, was dein Hund nur tut, wenn er dir zu 100% vertraut, dann klick auf das linke Bild und sieh es dir in unserem Video an. Oder willst du die dummen Fehler kennenlernen, die im Umgang mit Hunden oft gemacht werden, dann klick auf das rechte Bild, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen.